Guten Morgen! Ja, heute ist Cruise Day. Wir werden nachher auf die Navigator of the Seas gehen, aber vorher schauen wir uns hier noch ein bisschen in Long Beach um, hier jetzt herrlich am Strand, das ist noch alles leer. Es ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie spät es jetzt gerade hier ist, so nach sieben oder so und es ist schon so warm und einfach herrlich. Ja, und wie gesagt, wir gucken uns jetzt hier noch ein bisschen um. Ihr habt ja gestern schon gesehen, wir haben das Ganze schon ein bisschen in Abendatmosphäre erkundet. Im letzten Vlog haben wir euch das gezeigt. So, und hier gehen wir jetzt noch mal so ein paar Stellen auch bei Tageslicht ab. Ein bisschen Zeit haben wir eben noch. Wir werden unseren Shuttle für oder zum Schiff dann so gegen halb elf bestellen, dann nehmen wir auch wieder Uber. Ja, und so lange gehen wir jetzt hier noch mal bei Tageslicht und nehmen euch natürlich mit. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020